hallo freunde herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo es geht nicht lang nur eine eine wichtige info inzwischen bin ich im twitch affiliate programm mit drin und in diesen geschäftsbedingungen steht drin dass ich nicht mehr gleichzeitig auf twitch und youtube stream darf das habe ich in den letzten tagen völlig missachtet weil ich gar nicht daran gedacht habe aufgrund von dieser richtlinie werde ich zukünftig guten abend live stream guten morgen live stream und alle anderen live streams nur noch auf twitch stream daher schaut einfach mal beim twitch kanal vorbei unten ist er verlinkt schaut einfach rein abonniert mich da oder followt mir da bis dann ciao